Nicht aus ganz heiterem Himmel sehen wir heute eine Erholung der Aktienmärkte. Wir waren gestern schlichtweg ein bisschen überverkauft und schnappen jetzt so ein bisschen zurück. Die Aktienmärkte erholen sich also. Es ist jetzt nicht die Monster Rallye, aber es ist eben schon eine Erholung. Aber wir haben gestern, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Botschaft von den Märkten bekommen. Ein dickes Warnsignal. Und was ich damit meine, möchte ich in diesem Video mal kurz ausführen. Gestern, so hat die Bank of America in einer Analyse geschrieben, haben wir etwas erlebt, was wir eigentlich seit den 1990er Jahren oder genau seit dem Jahr 1990 erst zweimal erlebt haben. Nämlich in diesem Jahr, am 11. und am 18. März. Nämlich, dass die Aktienmärkte mindestens 3,5% fallen und gleichzeitig Gold fällt, während Anleihen zunächst steigen. Was wir gestern allerdings gesehen haben, ist, dass dann die Anleihenmärkte zum Handelsende hin noch gefallen sind. Also praktisch diese Gewinne wieder aufgefressen wurden. Das ist eine wichtige Botschaft. Warum? Weil wir sehen, dass auch die sicheren Häfen plötzlich keine sicheren Häfen mehr sind. Gold fällt. Die Anleihen steigen zunächst ein bisschen. Die Renditen fallen also etwas. Aber die Luft nach unten in Sachen Renditen ist eben praktisch kaum mehr da. Ja, unter Null dürfte es in den USA nicht gehen. Das haben die Amis klar signalisiert. Also habe ich sozusagen wenig Potenzial, wenn ich mich in Anleihen investiere, auf weitere Kursgewinne zum Teil. Und dementsprechend fallen die Fluchtmöglichkeiten weg. Und genau das ist gestern passiert. Wir haben im Grunde eine Situation, dass es keine Fluchtmöglichkeit gibt. Beziehungsweise es gibt nur eine einzige, aber die ist ziemlich ungeliebt. Und das ist der US-Dollar. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, was mit Gold hier der Fall ist. Wir sehen, dass das erste Mal, Gold ist ja gestern auch ziemlich unter Druck gekommen, das erste Mal seit einem ganzen Jahrzehnt die Zentralbanken als Verkäufer auftreten. Haben nicht viel verkauft, aber sie haben etwas mehr verkauft, als sie gekauft haben. Und heute hat das World Gold Council die Nachfragesituation und die Angebotssituation in einer Veröffentlichung klargemacht. Und wir sehen, dass sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Gold gefallen ist. Es gibt ja viele, viele, viele Gründe, in einem monetären Stimulus-System letztendlich Gold zu favorisieren. Aber wir haben da auch bestimmte Probleme, bestimmte Grenzen, die das Ganze hat. Und wir sehen, dass dann eben der Dollar-Index gestern nach oben gegangen ist. Wir haben ja diesen massiven Bounce nach oben gehabt, jetzt im Corona-Crash im März. Und dann ging es stückweise und systematisch wieder nach unten, parallel mit der Erholung der Aktienmärkte. Und jetzt sehen wir, dass wir hier offenkundig eine Bodenformation bilden. Das ist ein Chart von Capital.com, fast hätte ich es vergessen zu sagen, meine Damen und Herren. Und wir sehen, dass wir hier eine Bodenformation ausbilden, die gestern das erste Mal eine ziemlich starke Rallye gesehen hat. Und der Dollar-Index setzte seine Rallye heute fort. Wir sehen den Euro unter Druck, liegt auch an der EZB. Aber es ist eben nicht so, dass der Dollar jetzt schwächer geworden wäre. Und das bedeutet, wenn mal Panik entsteht aus irgendwelchen Gründen, US-Wahl, keine Ahnung, dann sehen wir, dass die Anleihen keine Fluchtfunktion mehr haben. Zumindest nicht eine, die dauerhaft aufrechtzuerhalten ist. Eben, weil die Renditen praktisch kaum mehr Potenzial haben zu fallen. Und auf der anderen Seite auch Gold nicht der sichere Hafen ist. Auch Bitcoin ist es nicht. Das ist gestern, oder Kryptowährungen, die sind gestern auch massiv unter Druck gekommen. Bleibt also nur der ungeliebte Dollar, den will eigentlich keiner haben. Weil alle wissen ja, die Amerikaner, die inflationieren geradezu ihre Schulden. Und das ist nicht gerade super sexy. Aber es ist eben auch der Weg des größten Schmerzes. Denn viele sind den Dollar verschuldet. Und wenn Sie jetzt die Situation haben, dass sozusagen manche unter Druck kommen, weil ihre Vermögensassets unter Druck kommen, dann brauchen Sie Sicherheiten. Dann brauchen Sie in irgendeiner Form etwas, was Sie liquide machen können. Sie versuchen dann auch teilweise Ihre Schulden zurückzuführen, die immer drückender werden. Fragen Sie mal, die Türken, die Dollarschulden haben, die quietschen derzeit ganz massiv. Jetzt haben wir noch dazu gesehen, gestern, das kam so als Sahnehäubchen oben drauf, dass Investors Intelligence, das ist praktisch eine Analyse, die guckte, wie ist denn in den amerikanischen Börsenbriefen so die Stimmung, bullisch oder bärisch, dass die Stimmung kurz vor dem Abverkauf ziemlich bullisch gewesen ist. Und natürlich jetzt manche auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Auch die Nasdaq-Short-Positionen, die ja vorher massiv am Markt waren, wurden komplett gedreht, komplett eingedeckt. Man war jetzt netto long sogar wieder. Also das war schon ein bisschen der Weg des größten Schmerzes. Jetzt haben wir aber natürlich Jubelbotschaften, nämlich vom amerikanischen Bruttoinlandsprodukt drittes Quartal. 33,1 Prozent sind wir da gestiegen. Und da hat einer gleich gejubelt, nämlich St. Donald, der gesagt hat, ja, ich bin glücklich, diese Zahl biggest in best in history of our country. Das ist in der Tat der größte BIP-Anstieg in einem Quartal, den das Land je erlebt hat. Aber wie gesagt, wir sind 31 Prozent gefallen im zweiten Quartal. Und wenn wir uns jetzt mal hier die unteren Zahlen anschauen, da sehen wir, wir hatten zum Beispiel im vierten Quartal 2019 war die US-Wirtschaft 19,3 Billionen Dollar schwer. Dann sind wir eben jetzt im Corona-Crash auf 17,3 Billionen gefallen und haben jetzt wieder 18,6 Billionen erreicht. Also es ist nach wie vor schlechter als vorher. Das sollte man eben nicht vergessen. Aber St. Donald ist ganz begeistert und sagt, ja, fantastisch, kommt noch viel mehr. Da wird noch einiges kommen und Joe Biden wird all das killen, wenn er an der Macht ist. Wir haben jetzt insgesamt, wenn wir das mal runterbrechen, um und bei 60 Prozent dessen wieder aufgeholt, was wir vorher durch die Corona-Krise eingebüßt haben. Bleiben also um und bei noch 40 Prozent, die jetzt sozusagen aufgeholt werden müssten, damit wir wieder auf dem Status quo von vor der Corona-Krise wären. Hier sieht man das auch mal ganz gut in einer Grafik, wo wir derzeit stehen. Hier sehen wir sozusagen das reale GDP, das reale BIP. Der Amerikaner ging ständig nach oben, ständig nach oben. Dann ging es schon im ersten Quartal nach unten, obwohl, ersten Quartal dieses Jahres, obwohl ja da eigentlich Corona in den USA noch nicht so wirklich ein Thema war. Das kam dann ein bisschen später. Und wir sehen dann diesen Absturz, jetzt diese Erholungsbewegung. Trump hat dann gesagt, ja, ich bin so glücklich, dass diese GDP-Nummer vor dem Wahltermin gekommen ist. Apropos Wahltermin, man unterstellt mir immer, ich sei irgendwie ein Biden-Fan. Das ist nicht der Fall. Ich halte den auch für zu alt und nicht besonders attraktiv, sozusagen, um jetzt ein Land die nächsten Jahre zu führen. Eigentlich kein wirklich starker Kandidat, um es mal ganz klar zu sagen. Aber ich halte Trump eben auch für ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und will eines mal klar machen, ich hatte 2016 vor der Wahl, als alle sagten, Clinton wird das gewinnen, die Chance 90 zu 10 für Clinton, habe ich mehrfach gesagt, ich glaube, dass das nicht stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass Trump gewinnt. Und so kam es. Warum kam ich auf den Gedanken? Schlichtweg, weil man spüren konnte, sehen konnte, aus Analysen lesen konnte, dass die Begeisterung für Hillary Clinton schlicht nicht vorhanden war, dass es also wenig Motivation gab für diejenigen, die eigentlich den Demokraten zuneigen, wirklich auch jetzt zur Wahlurne zu gehen. Und jetzt haben wir die Situation, dass das anders ist. Wir haben jetzt eben einen Sitting President, einen amtierenden Präsidenten, das hatten wir ja vor vier Jahren nicht. Und da gibt es natürlich das Trump-Lager, das ihn abgöttisch verehrt und sagt, das ist unser Mann. Aber es gibt eben auch eine sehr, sehr große Zahl von Leuten, die ihn weghaben wollen und die haben eine Motivation, zur Wahl zu gehen. Und wir sehen, dass jetzt eben schon diese Early Votes, diese Briefwahlen schon so massiv sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in Florida schon fast das gesamte Aufkommen. Jetzt eine Dreiviertelwoche vor dem Wahltermin ist fast schon so viele Stimmen abgegeben worden wie 2016 insgesamt. Also da sieht man, da ist Motivation und das dürfte dazu führen, dass eben anders als 2016 die Demokraten, auch wenn sie Joe Biden nicht wirklich für den tollsten Wohl halten, wenn sie ehrlich sind, dass sie motiviert sind, zur Wahl zu gehen. Und wir sehen eben, dass dann gleichzeitig jetzt die Situation ist, dass eben vor allem die Corona-Geschichte das Hauptthema ist. It's the pandemic. Es ist noch wichtiger als die Economy und gerade jetzt in dieser Situation eben, das ist zumindest die Ansicht vieler Amerikaner, wenn sie denn nicht Trump-Fans sind, ist das nicht so richtig gut gemanagt worden, diese ganze Corona-Krise. Das ist dann eine Motivation nochmal für die Gegner zu sagen. Also da sehen wir das Hauptproblem sozusagen. Deswegen muss Trump irgendwie abgewählt werden. Deswegen gehe ich zur Wahlurne. Es sind vor allem Frauen und Senioren, die hier ihn ein bisschen verlassen haben. Und wir haben anders als 2016, da hatten wir um und bei 11 Prozent Unentschlossene, die also gesagt haben, keine Ahnung, wen ich jetzt wähle, weiß ich nicht. Jetzt sind es nur drei Prozent. Dieses Lager der Unentschlossenen konnte Trump 2016 motivieren, konnte diese Gruppe stark auf seine Seite ziehen. Das wird jetzt wegfallen und damit entfällt eben ein wichtiger Treiber. Und was noch sehr wichtig ist, das sehen wir hier. Wir haben zwar heute besser als erwartete US-Erstanträge gesehen. Auch die Continuum Claims waren etwas besser. Aber was wir hier sehen, diese Grafik, die so massiv nach oben zeigt, das sind sogenannte Pandemic Emergency Hilfen. Also das sind praktisch Hilfen vom Staat an die Leute. Und es sind immer mehr Leute, die diese Hilfen brauchen, auch wenn die Erstanträge und Continuum Claims zurückgehen. Das heißt, wir haben jetzt doch durchaus viele, viele Menschen, denen es ökonomisch nicht gut geht. Ich hatte mal eine Grafik gezeigt, wo ich zum Beispiel bei Familien, die Kinder haben, dass ein Viertel dieser Familien derzeit nicht in der Lage sind, ihre Miete zu bezahlen, sondern das über die Kreditkarte praktisch direkt in die Schulden reingeht. Also wir haben jetzt eine andere Situation. Wir haben eine ökonomische Krisensituation für viele, die so ein bisschen kaschiert wurde durch diese Stimulus-Checks. Aber es wissen die Leute, dass die Zukunft unsicher ist. Und ein Punkt ist eben auch, dass Biden und die Demokraten den großen Stimulus versprechen. Nun hat Trump auch gesagt, ich will noch größeren Stimulus als Pelosi. Aber Fakt ist, dass die Republikaner im Senat das nicht mittragen. Das kommt also nicht. Sonst hätte man eben diesen Stimulus-Deal ja schon verabschieden können. Ist nicht passiert. Das heißt, da hat Trump die eigenen Reihen nicht wirklich hinter sich, weil viele eben sagen, Leute, wir sind schon so ausufernd verschuldet. Das kann nicht so weitergehen. Deswegen meine Vermutung, mein Tipp. Ich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Biden diese Wahl gewinnt. Ich kann mich irren. Natürlich kann ich das. Wenn ich das tue, dann mache ich das Video nach der Wahl auf Bayerisch oder auf Österreichisch oder auf Gaussisch, können Sie sich aussuchen, dann je nachdem. Schauen wir mal weiter, was in der Fall ist. Ein entscheidender Punkt ist auch für mich, wir sind in einer Abstiegssituation des Westens insgesamt und die Amerikaner auch im Besonderen, das ist durch die Corona-Krise besonders klar geworden, die hat im Prinzip die Schwachstellen der Amerikaner massiv gezeigt, dass sozusagen das Bildungsniveau in der breiten Bevölkerung nicht sehr hoch ist. Das Gesundheitssystem, das Schulsystem, all diese Dinge, die haben ziemlich Versagte in den USA. Man ist noch führend im Bereich Tech, ganz klar. Aber jetzt ist eben der große Rivale immer stärker und das ist China. Die haben heute einen Fünfjahresplan gemacht. Das werden wir bei der EZB auch bekommen. Klimmer Fünfjahresplan. Dann wissen wir, was die nächsten fünf Jahre nicht passiert. Jedenfalls sehen wir, dass die Chinesen hier eine klare Richtung haben, nämlich unabhängig zu werden technisch, dass sie sozusagen im Bereich Tech die führende Macht werden. Es gibt ja ohnehin eigentlich nur zwei Nationen, die gegen die Amerikaner anstinken können. Das sind einmal natürlich die Chinesen und das sind dann mit Abstrichen auch die Russen, die es ja zum Beispiel geschafft haben, mit Yandex eine Suchmaschine zu haben, die wirklich sehr, sehr gut ist. Da ist Google praktisch, hat keine Chance in Russland. Ist auch politisch nicht besonders gewollt, aber hat keine Chance. Also das sind die einzigen, die eben auch technisch gegen die Amerikaner anstinken können. Und es ist ein Machtwechsel, der da passiert. Es ist nicht so, dass die Chinesen alles komplett dominieren werden und nicht nur die Chinesen. Ich spreche vom größeren südasiatischen Raum, könnte man sagen. Das ist ein Riesenwirtschaftsraum, der schon viel, viel bedeutender ist, als noch vor ganz wenigen Jahren und noch bedeutender werden wird. Wir haben also in Relation der Amerikaner und des Westens eine Abstiegssituation im Vergleich zu Asien. Und Trump ist halt jemand, der nochmal so ein bisschen der Versuch auch ist, der offenkundig der Amerikaner, diesen Abstieg zu verhindern, in irgendeiner Form aufzuhalten. Aber das Problem, das ich sehe, ist, dass durch diese Aktionen letztendlich im Endergebnis der Abstieg noch schneller passieren wird und der Aufstieg der Asiaten noch schneller passieren wird. Aber da ist man, das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Kommen wir zur europäischen Situation, die ja auch nicht gerade so richtig toll ist. Heute EZB-Treffen, da war, oder EZB-Sitzung, La Lagarde viel souveräner als die letzten Male. Die hat langsam wirklich gelernt und hat hier auch die Begrifflichkeiten wirklich drauf. Jedenfalls ziemlich dovisch, ziemlich negativ, was jetzt die Auswirkungen natürlich dieser Lockdown-Maßnahmen betrifft. Man erwartet hier, wie die Commerzbank, die hier diese Analyse geschrieben hat, Aufstockung von PEP, diesen Notfallkreditprogramm für Staaten, um weitere 600 Milliarden Euro neue Bankenfazilitäten, diese TROs und wahrscheinlich dann im nächsten Jahr, so die Commerzbank, noch eine Senkung von 10 Basispunkten bei den Deposit Rates, also beim Einlagezins. Aber das große Thema heute zunächst mal wird jetzt die US-Berichtssaison sein mit den vier großen Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. 5,2 Billionen Dollar bringen sie auf die Waage. Und ohne diese Unternehmen und noch Netflix mit dazugenommen, würde der S&P 500 in diesem Jahr negativ sein. Er ist aber etwas positiv, weil eben alleine diese Unternehmen 6% dem S&P geschenkt haben, sozusagen. 6% sind alleine durch diese Fanks gekommen. Und die berichten heute Abend Amazon, Apple, Google, Facebook. Und da werden sie bei Finanzmarktwelt.de unterrichtet. Ab 21 Uhr werden wir die Zahlen bringen. Da kommt zuerst, glaube ich, Google um 21 Uhr, 21.05 Uhr, dann Facebook. Dann Amazon 21 Uhr 10 und Apple 21 Uhr 30. Seien Sie da dabei, das würde mich freuen. Da werden Sie informiert und geholfen. Und jetzt schauen wir mal, wie diese Zahlen ausfallen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.